Ich fühl mich immer richtig schlecht, wenn ihr mich so anguckt. Die sind erst mal gegeneinander gelaufen. Ich bin so schadenfroh. Hello, my crazy people! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß, die Perspektive ist nicht geil, denn ihr seht bin Doppelking. Und das ist ja auch egal. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir fahren gleich zu Saturn und holen mal die Kamera. Oh mein Gott, Leute, ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, mit der Kamera sind alles wieder in Ordnung und ich kann mit der Kamera filmen. Und es hat doch alles super geklappt. Wir dürfen die gleich abholen. Und ich dachte, ich nehme mir noch ein bisschen mit. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich freue mich so sehr darauf. Es wird vielleicht ein ganz kurzes Video, aber Rumi ist auf die Kamera, Leute. Oh mein Gott, wir fahren jetzt gleich los und ich kriege meine Kamera wieder an. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und holen die Kamera ab. So, Leute, wir ziehen uns jetzt an und let's go. Let's go. Let's go. Wir holen die Kamera. So, wir sind jetzt in der Nähe von Saturn und wir gehen jetzt da hin. Guckt nicht so. Ich fühle mich immer richtig schlecht, wenn ihr mich so anguckt. Die sind erst mal gegeneinander gelaufen. Ich bin so schadenfroh. Oh, der holt die Kamera. Leute. Oh, scheiße. Mein Mundschutz. Oh, der sitzt. Der holt die Kamera. So, Leute, ich habe jetzt die Kamera abgeholt und jetzt sind wir noch mal ganz kurz einkaufen. Und anscheinend wurde der Fehler nicht gefunden. Und ich hoffe, ich habe jetzt einfach eine neue bekommen. Hä? Ich hoffe es. Oder jedenfalls, dass sie heil ist. Das wäre schon mal ein großer Vorteil. So, Leute. Wir sind wieder zu Hause und ich habe hier in dem Rucksack wenig... Oh, Gott. Language. Deutsch, bitte. Danke. Oh, die haben hier alles umgestellt. Die haben nämlich alles von vorne gemacht. Ich weiß nicht, ob man das im Ton hört. Mal lauter. Mal gucken. Ich nehme jetzt einfach mal hier auf. Mal gucken. Die sind schon mal leiser. Ich probiere mal mit der. Also, ich schalte jetzt mal hier um. Ich hoffe, es ist leiser, aber ich habe endlich meine Kamera wieder. Und gleichzeitig das hier noch ranmachen, dann habe ich auch mein Stativ wieder dran. Und ich hoffe, die bleibt jetzt heil, Leute. Ich habe keine Mühe, noch mal zu Saturn zu gehen. Ich habe sie aber jetzt wieder. Und das heißt, wir können wieder sehr viel Spaß haben mit der Kamera. Und jetzt kann ich endlich wieder meine Challenge machen. Weil ich hatte so viele Geile vor. Und dann ist die Kamera kaputt gegangen. Aber zum Glück gibt es Handys, wo man das auch machen kann. Und ich habe sie endlich wieder, Leute. Oh mein Gott. Ich habe sie wieder. Das wird ein gutes Thumbnail. Ich nehme das einfach. Leute, ich habe sie wieder. Oh mein Gott. Das heißt, ab nächste Woche kommen wieder Videos mit meiner Kamera. Denn der Ton ist dann ein bisschen besser. Ich muss mir noch ein Mikrofon kaufen. Aber bin ich bis jetzt noch nicht so gekommen. Vielleicht kaufe ich das auch mal an meinen Geburtstag. Das wäre dann 1. Mai. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Genau. Ich werde hier mal meinen... Huh. Das klingelt. Aber ich habe endlich meine Kamera wieder, Leute. Oh mein Gott. Okay. Das heißt, das Video endet jetzt. Ich habe ja gesagt, sobald ich meine Kamera habe, werde ich euch mitnehmen. Und ich hoffe, das war so ein kleiner Vlog und so. So, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Müsst ihr natürlich nicht. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt mit meiner guten Kamera jetzt weiter, dann könnt ihr auch gerne das Abonnenten... Ne, aufs Abonnenten, ne? Au. Au. Abonnieren klicken. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, es kommt ja eh jeden Mittwoch um 14 Uhr ein neues Video, ne? Mein Kader ist jetzt neben mir. Ne? Ne? So. Dann könnt ihr gerne die Glocke aktivieren. Und ja, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Oh, ich habe meine Kamera wieder. Da geht's! Sauber! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!